Herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem wir Praxiserfahrung austauschen wollen. Und zwar geht es darum, dass man mit digitalen Medien ja schon vor einer Veranstaltung Menschen zusammenbringen oder ihr Wissen abfragen kann, ihre Erwartungen abfragen kann oder ähnliche Sachen mehr. Und natürlich auch nach der Veranstaltung sowas wie Feedback, aber vielleicht auch ein paar andere Sachen darüber gestalten kann. Wir haben drei Praktiker aus ganz verschiedenen Bereichen hier, die jeweils erst sich dann ihre Erfahrungen vorstellen und am Ende machen wir noch mal so eine Grundsatzrunde, wo wir hier dann noch mal eine Sache einbringt, die er oder sie im Laufe der Zeit gelernt hat oder vielleicht auch noch nicht gelernt hat und noch als offene Frage hat. Mein Name ist Jöran Moos-Meerholz. Ich moderiere uns ein bisschen, werde aber nicht die Protagonisten vorstellen, damit jeder Zuhörer, jede Zuhörerin gleich die Stimme mit der Person verbindet. Insofern beschränke ich mich auf die Namen. Wir fangen bei Christina Schwalbe an. Christina, was machst du, wenn du nicht podcastest? Ja, mein Name ist Christina Schwalbe. Ich arbeite an der Uni Hamburg im Medienzentrum in der Erziehungswissenschaft und wir machen zum einen Workshops für Studierende für die Medienkompetenzförderung und zum anderen mache ich Seminare in der Lehrerausbildung, auch rund um das Thema Medien und Bildung. Machen wir da mal Uhrzeigersinn, wenn man es auf einem Sofa so sagen kann. Ralf Appelt. Ja, mein Name ist Ralf Appelt. Ich bin Dozent an der RKISH Akademie. Die RKISH ist ein großer kommunaler Rettungsdienst in Schleswig-Holstein und hat im Prinzip sowas wie eine eigene Schule, die aus Fort- und Weiterbildung macht. Und darüber hinaus bin ich freier Trainer für verschiedene Themen. Außen auf dem Sofa sitzt Guido Brombach. Ja, ich mache politische Bildung, politische Erwachsenenbildung für das DGB-Bildungswerk im Bereich. Also meine Klientel sind vor allen Dingen Bildungsurlauber. Das ist eine Form von Freistellung, wo der Arbeitgeber sozusagen die Kosten zumindest für die nicht erbrachte Arbeitszeit übernimmt. Und während dieser einen Woche beschäftigen wir uns mit den Themen Technologie und Gesellschaft. Wir haben vorab vereinbart, dass wir so kleine Runden machen. Jeder stellt ein Praxisbeispiel vor. Die anderen können gerne ergänzen. Den Anfang macht Christina. Ja, ich würde ganz gerne ein Praxisbeispiel vorstellen. Das ist zwar online, ist aber eher am Seminarbeginn und nicht unbedingt vorher. Und zwar versuche ich immer, Studierende dazu zu bringen, sich selber mit den Fragestellern auseinanderzusetzen, die sie selber haben anhand eines Leitfadens oder eines roten Fadens, den ich liefere. Und dazu führt jeder einen eigenen Web-Blog. Und jedes Semester müssen alle Studierenden immer vor Beginn des Seminars einen eigenen Essay schreiben und versuchen zu sagen, was für sie das Thema des Seminars ist und was ihre eigene Fragestellung ist, die sie dazu gebracht hat, dieses Seminar überhaupt zu wählen und die sie das Semester über auch bearbeiten wollen. Sodass sie einfach für sich selber auch was aus dem Seminar mitnehmen. Läuft? Läuft sehr gut, tatsächlich, ja. Gibt es Fragen oder Ergänzungen dazu? Äh, nee. Ich hätte schon die Frage, wieso läuft das? Weil die Studierenden tatsächlich gefragt werden, was sie eigentlich selber wollen. Und weil sie, wie ich tatsächlich häufig festgestellt habe, sehr dankbar darum sind, dass sie jemanden haben, der sie ermutigt, eigene Fragestellungen zu verfolgen. Und nicht einfach was vorgesetzt zu bekommen und das nachkauen zu müssen. Also dieses, ich versuche einfach mal darüber nachzudenken, warum ist das jetzt für mich eigentlich mit dem Berufsziel, was ich habe, gerade eine relevante Fragestellung, ist für Studierende, sie zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, ist für Studierende häufig sehr hilfreich. Beispiel zwei, Ralf Appelt. Ja, ein Beispiel, das ich gerne vorstellen würde, ich habe eine Zeit lang und jetzt auch gelegentlich noch Social Media Workshops gegeben, häufig für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für andere Zielgruppen. Und gerade bei diesen technischen Themen war mir immer wichtig, vorher zu wissen, was bringen die Teilnehmer an Vorkenntnissen mit, wo kann ich einsteigen, was ist so ungefähr das Niveau oder wie divers ist vielleicht auch das Niveau. Und da war es für mich einfach immer spannend im Vorwege abzufragen, wie sozusagen die allgemeine Computer Literacy ist, wie gut kennen die sich überhaupt mit dem Computer aus, gibt es Vorkenntnisse im Bereich Social Media. Ja, das war eigentlich ganz hilfreich, damit man da nicht völlig daneben schießt, weil einfach die Vorkenntnisse so unterschiedlich sein können. Und wenn man das im Vorwege als Dozent weiß, dann ist das eine sehr große Hilfe. Und war das bei Selbsteinschätzung oder bei Test? Ja, also das Problem, glaube ich, gerade bei diesen technischen Themen ist, wenn man die Teilnehmer fragt, wie gut sie etwas können und man sagt, ja, kann ich gut oder nicht so gut, dann sind die Leute, die eigentlich viel Verständnis davon haben, die schätzen sich immer als, ich kann das nicht so gut ein, weil sie eben wissen, was sie alles nicht wissen. Und die Leute, die sagen, ich kann das ganz gut, die haben so die Basisfunktion erkannt und haben dann so das Gefühl, das können sie schon. Insofern war das nie ganz eindeutig. Ich habe auch versucht, da viel mit offenen Fragen zu arbeiten und teilweise auch so ganz konkrete Dinge abgefragt, wie haben sie einen Account da und da und nutzen sie das aktiv oder passiv oder irgendwie sowas. Und das hat sich natürlich ganz eng an dem orientiert, was ich mir als Plan für das Seminar vorgestellt hatte. Aber ja, also es war sozusagen auf jeden Fall eine Selbsteinschätzung, die mir trotzdem viel Hilfe gegeben hat, weil ich manchmal aus den Formulierungen dann schon so ein bisschen ableiten konnte. Wo die Leute stehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einen ganz schlimmen Männer-Frauen-Bias gibt, dass Männer sich immer überschätzen und Frauen immer unterschätzen von der Selbsteinschätzung. Ja, ich glaube, dass es auch durchaus Männer gibt, bei denen es, also ich würde das erstmal teilen, aber es gibt einen besonderen Effekt gerade bei Männern, die wirklich fit sind, die sich gerne als Laien ausgeben. Ja, also das würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Den Männer-Frauen-Unterschied habe ich sonst so nicht, zumindest nicht festgestellt. Aber was man schon noch gerne feststellt, ist halt, dass die Leute sozusagen in ihrer Selbsteinschätzung dann doch abweichen von dem, wie es sich dann tatsächlich im Seminar darstellt. Und das kann an einer verschobenen Selbsteinschätzung liegen. Das kann daran liegen, dass man denkt, ja, in meiner Position müsste ich aber doch. Und deswegen geben die dann sozusagen vermeintlich erwünschte Antworten oder so. Also das ist schon schwierig. Beispiel drei, Guido Brombach. Beispiel drei. Ja, also wir haben es mit ähnlich großen, sagen wir mal, unterschiedlichen, unter Unterschieden zu tun, was den Kenntnisstand der Menschen angeht, die zu uns kommen. Und das Problem, was wir als Referenten oder als Teamende in der Regel haben, ist, allen irgendwie gerecht zu werden. Und da geht es häufig gar nicht darum, dass man von dem Einzelnen genau weiß, was er jetzt nicht gut kann oder gut kann, sondern insgesamt so ein Gefühl für die Seminargruppe zu kriegen, wo man einsetzen muss, weil wenn man so einen Themenbereich hat wie Technologie und Gesellschaft, dann muss man auf der einen Seite natürlich so ein bisschen Ahnung von der Technologie haben, um sie anschließend auch hinreichend interpretieren zu können. Also gesellschaftlich in Frage stellen zu können. Und das wiederum setzt voraus, dass man nicht zwangsläufig Ahnung von der, also das gut bedienen können muss, aber zumindest, dass diesen Dienst oder was auch immer schon mal kennengelernt haben muss. Und da hat sich schon gezeigt, dass die Neugierde ab 45 eher begrenzt ist. Und deswegen haben wir diese Online-Umfragen in einigen Seminaren eingeführt aus zwei Gründen. Zum einen wollten wir herausfinden, was Teilnehmende über sich preisgeben, wenn wir sie fragen und sie freiwillig die Möglichkeit haben, zu antworten oder auch nicht. Und zum anderen wollten wir natürlich erheben, wie ungefähr so im Durchschnitt so der Kenntnisstand ist. Und wenn wir das getan haben, haben wir danach eigentlich im Seminar die Ergebnisse sozusagen einleitend auch präsentiert. Das heißt, bei uns fangen die Seminare irgendwie sonntags an. Und dann fangen wir ja meistens irgendwie mit so einer Vorstellungsrunde an und alle erzählen was über sich. Und das haben wir in der Regel flankiert von der Präsentation der Ergebnisse, die aus dieser Befragung herausgekommen sind. Kann man jetzt generell sagen, das ist eine sinnvolle Idee, teilnehmen dann, welchen Veranstalter auch immer, die Ergebnisse zu zeigen von den Sachen, die Sie vorab gemacht haben? Beim Blog-Projekt ist es wahrscheinlich der Default. Ralf, ist es bei euch? Ich habe dann, glaube ich, eher so die Ausreißer mal vorgestellt. Und wenn es sozusagen eine Konsequenz hatte und bestimmte Seminarelemente dadurch begründet waren, dass jemand ein besonderes Interesse geäußert hat, was weiß ich, möchte unbedingt mit mobilen Geräten was machen oder hat ein besonderes Interesse an irgendeiner Plattform oder irgendwie so etwas, dann konnte man das als Grundlage nehmen, um zu sagen, okay, das ist jetzt dreimal gewünscht worden, und deswegen ist es zwar in der Seminarbeschreibung nicht mit drin und war auch in der ursprünglichen Planung nicht mit drin, aber wir bauen das ein oder so, dann würde ich das nochmal vorstellen. Ansonsten, wenn das, ich sage mal, überraschungsfrei ist, dann würde ich dafür keine Zeit reservieren extra. Ich würde sagen, es hängt tatsächlich so ein bisschen davon ab, mit welcher Intention man eigentlich so eine Umfrage vorher gemacht hat. Was ich nämlich gemacht habe und das ist vielleicht auch schon das zweite Beispiel mal ist, das war auch ein Seminar, es ging um Social Media, um Medienbildung und Gesellschaft und ich wollte vorher mal so ein Bild zeichnen, um zu gucken, was ich nämlich jedes Semester gemacht hatte und zwar über den Verlauf von acht Jahren hinweg, immer mal abgefragt, welche Medien nutzt ihr, wie nutzt ihr sie, für was nutzt ihr das, nutzt ihr Twitter, für was nutzt ihr Wikipedia und habe das dann, weil es eben zum Thema des Seminars gehörte, also es war gar nicht so sehr die Intention rauszufinden, was könnt ihr schon, wo muss ich ansetzen, sondern wie ist überhaupt so diese Gesamtmediennutzung, weil es eben zum Seminarthema gehört und das war dann eben inhaltlich Teil des Seminars, um auch mal zu zeigen, guckt mal, das ist übrigens so die Entwicklung der Studierenden in den letzten Jahren gewesen, so entwickelt sich die Mediennutzung, so ist euer Verhalten, passt das zu dem, was ihr eigentlich eingeschätzt habt oder nicht, um einfach auch mal so einen Gesprächsanlass zu haben, also tatsächlich diese Umfrage zu nutzen als Kommunikationsanlass für das Thema des Seminars. Also die Idee finde ich dann sehr spannend, sozusagen irgendwie eine größere Befragung zu haben und dann die kleine Gruppe zu fragen und zu sehen, wie verhält die sich so zu der Grundgesamtheit. Sehr guter Gesprächsanlass. Weitere Beispiele? Wer will? Mache ich, ja. Also das DGB-Bildungswerk wird nach ISO 9001 zertifiziert und deswegen, ja, kennt ihr noch. Und deswegen gibt es bei uns im Haus solche Evaluationspapierenden Abfragen, die in der Regel, naja, am Ende des Seminars ausgefüllt werden, aber nach so einem Fünf-Tage-Seminar am Freitag eine Befragung der Teilnehmenden zu machen, wie das Seminar war, hilft halt dem Seminar in diesem Jahr gar nicht mehr weiter. Da die meisten Seminare bei uns nur einmal im Jahr stattfinden, müssen wir dann sozusagen unsere ganze Energie für eine Weiterentwicklung des Seminars auf das folgende Jahr schieben. Und das hat vor einigen Jahren dazu geführt, dass wir diese Befragung, erstens eine Online-Befragung umgewandelt haben. Das trug auch so ein bisschen dem Rechnung, dass die meisten irgendwie mit einem eigenen Gerät, also mit einem Smartphone später, vorher halt mit einem Laptop oder so, das dann irgendwie selbst dann von ihrem Platz aus machen konnten. Und wir haben darüber, sagen wir mal, pro Tag neben diesen normalen Blitzlichtern, die man normalerweise abends macht, immer eine anonymisierte Auswertung bekommen. Und das sind tatsächlich unter Umständen sehr verschiedene Bewertungszustände, die das Seminar da erfährt. Und wir haben sozusagen diese Kurven dann am zweiten Tag, als es eine Kurve war, auch genommen, um sehr gezielt im Seminar Fragen dazu zu stellen, wie kommt das, dass wir hier in dem Bereich schlechter geworden sind und da besser. Und es war halt weniger diese Blitzlichtrunde und jeder sagt so seine Befindlichkeit, sondern es war viel, viel gezielter in Richtung, naja, ihr selbst seid verantwortlich für dieses Seminar, ihr könnt sozusagen Einfluss darauf nehmen und wir werden darauf auch reagieren können, während dieses Seminar noch läuft. Und das hat sich, es hat sich gezeigt, dass wenn man das am ersten Tag macht, diese Auswertung, dass die unterschiedlichen Seminargruppen sehr unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe anlegen. Deswegen sind die Zahlen in der Regel überhaupt nicht aussagekräftig. Aber spätestens am zweiten Tag, wenn wir Zahlen miteinander vergleichen können, die von einer und derselben Seminargruppe stammen und aus einem und derselben Seminar kommen, dann ist das schon möglich, über Entwicklungen zu sprechen und diese gezielten Fragen auch zu stellen. Das ist interessant. Ich mache das vielleicht in einem deutlich kleineren Maßstab, auch in vielen Workshops, also die meisten Workshops, die ich mache, gehen nicht über mehrere Tage, sondern sind eintägige Angebote und in der Regel komme ich als Externer in ein Unternehmen oder eine Organisation, die auch unterschiedlich damit umgehen, wie sie mit den Teilnehmern vorher kommunizieren. Also manchmal habe ich Kontaktdaten oder manchmal kann ich einen Link verschicken lassen oder teilweise gibt es auch sowieso fest etabliert so eine Vorababfrage und da interessiert mich, also vorhin hatte ich ja gesagt, mich interessieren so die Vorkenntnisse und im zweiten Bereich, den ich viel mache, da geht es um Visualisierung und da ist eigentlich von vornherein gesetzt, dass Vorkenntnisse keine erforderlich sind, außer dass man einen Stift halten kann und da geht es mir aber ganz viel darum, Erwartungen abzufragen. Also was wollen die Leute gerne machen? Was muss passieren, damit sich die Zeit im Workshop gelohnt hat? Und das ist für mich einfach auch spannend, um zu gucken, passe ich meinen Seminarablauf nochmal an oder nicht? Ist das alles so, dass die Erwartungen erfüllt werden? Gehen die Erwartungen vielleicht in eine völlig falsche Richtung? Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mal einen Visualisierungsworkshop an der Hochschule angeboten habe und dann hat eine Teilnehmerin als Erwartung gesagt, ja, sie würde sich gerne über das Urheberrecht unterhalten und das können wir zwar machen, aber das haben wir dann auch in einem Satz irgendwie getan, aber das war natürlich nicht im Ansatz Fokus dieses Workshops und wenn man darauf ein bisschen vorbereitet ist, dann erwischt einen das halt nicht so kalt, als wenn plötzlich jemand sagt, Moment mal, ich habe jetzt den ganzen Tag hier gesessen, wir haben überhaupt nicht über das Urheberrecht gesprochen, das war aber meine Erwartung, dann steht man ein bisschen blöd da und ehrlich gesagt, glaube ich, das ist auch ein Punkt, wo wir als professionelle Weiterbildungsanbieter ja einfach uns so vorbereiten können, dass uns solche Situationen nicht passieren, sondern dass wir einfach ja, vorher schon wissen, was wollen die Leute eigentlich, sind die in diesem Workshop überhaupt richtig, können wir denen die Zeit sparen oder können wir das nochmal irgendwie zurückkoppeln, können die vielleicht auch glücklich werden mit dem, was tatsächlich angeboten werden soll oder stelle ich fest, dass es irgendwie einen Kommunikationsfehler gab, dass die Ausschreibung eine falsche war oder das, was ich auch schon gehabt habe in diesen Visualisierungsworkshops, da steht dann drin, ja, es geht nicht um PowerPoint und dadurch, dass das Wort PowerPoint drin steht, haben halt alle im Kopf, ah, es geht um Visualisierung mit PowerPoint und wenn ich dann zu Beginn des Workshops Stifte verteile, dann werde ich halt auch so, also es ist mir in der Form noch nicht passiert, aber das könnte ich mir vorstellen beziehungsweise es gab schon mal Leute, die gesagt haben, ja, ach so, ich dachte, wir machen auch PowerPoint und daraufhin haben wir sofort den Beschreibungstext geändert, wo man ja schon froh ist, dass er überhaupt gelesen wird, also aus der Hochschulzeit, weiß ich noch, dass das nicht immer der Fall war. Die Leute, die unzufrieden sind, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, die haben in der Regel den Beschreibungstext am tiefsten studiert. Ja, also das ist, ich glaube, also das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, einmal zu wissen, wo stehen die Leute, was bringen die an Vorkenntnissen mit und die zweite Frage ist, welche Erwartungen haben die, was muss sinnvollerweise passieren, damit die da auch zufrieden rausgehen oder passen die Erwartungen vielleicht aus irgendwelchen Gründen gar nicht und dann ist es halt auch gut, wenn man das vorher feststellt und nicht hinterher. Und wenn man dann darauf auch tatsächlich reagiert. Ja. Also ich glaube, man kann keinen größeren Fehler begehen, als eine Umfrage zu machen und dann die Ergebnisse zu ignorieren. Genau, das ist quasi noch schlimmer, als keine Umfrage zu machen, ist sie zu machen, festzustellen, es weicht total ab und dann drüber hinweg zu sehen und zu sagen, ach komm, ich mache das so, ich mache das so, wie es geplant war. Ja. Meine Beobachtung ist, dass mit den weiteren Verbreitungen von überhaupt allen digitalen Einsatzmöglichkeiten man halt auch immer mehr machen kann. Also es war einfach wahrscheinlich vor ein paar Jahren gar nicht möglich, dass das auch nur alle vorher gemacht hätten. Und wir haben neulichst einen Workshop gemacht mit jungen Erwachsenen und das war ganz großartig. Also da konnte man ganz viel vorher machen. Also es waren 50 Menschen, die für einen Tag zusammenarbeiten mussten und die haben als erstes irgendwie halt eine gegenseitige Vorstellungsrunde gemacht mit 50 Leuten über eine WhatsApp-Gruppe. Und dann haben wir, weil an diesem Tag eben die in Themengruppen zusammenarbeiten sollten, wir die Themen sozusagen schon vorher mal sortiert, damit man morgens, das ist ja ein mühsames Geschäft, 50 Leute in Themengruppen zusammenzusammeln. Da haben wir erstmal nur ganz allgemein was mit Ankreuzen abgefragt, so welche groben Themenbereiche interessieren euch. Und haben die dann mal sortiert und guckt, aha, okay, so. Und dann haben wir eine Nummer feiner gemacht. Nee, umgekehrt. Erst haben wir offen gefragt, irgendwie was würde euch interessieren. Das haben wir geclustert und dann haben wir ankreuzen lassen. Und da sah man dann schon tatsächlich, dass es so sieben, acht Oberbereiche gab. Und die konnte man dann entsprechend vorbereiten. Und dann konnte man tatsächlich morgens schon nach kürzerem kennenlernen und vorstellen, dieser Obercluster relativ schnell einsteigen. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn tatsächlich mehr oder weniger alle mitmachen, weil sonst es wahrscheinlich eine Unzufriedenheit gibt, wenn ein nennzwerter Anteil nicht mitmacht und sagt irgendwie, Moment, ich hätte aber gerne nochmal die Grundsatzfrage am Anfang. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das auch gar nicht so einfach ist. Gerade wenn man keinen persönlichen Bezug zu den Menschen hat, die diese Umfrage ausfüllen sollen, hat man ja, also man bereitet sich natürlich schon irgendwann auf das Seminar vor im Sinne von, man packt einen Koffer oder was auch immer. Also stellt sich sozusagen darauf ein. Aber häufig verschwindet ja sozusagen diese Anforderung per E-Mail, hier füllt doch bitte mal diesen Fragebogen aus, so ein bisschen hinter all den anderen alltäglichen Prioritäten, die so anstehen und dann hat man am Ende irgendwie so drei, vier von 15 und muss nochmal motivieren und so tun und muss da ganz, ganz ordentlich häufig nochmal erinnern und rödeln, damit zumindest so eine 80-prozentige, 90-prozentige Auslastung da ist, damit man überhaupt irgendwas Verlässliches sagen kann und am Ende sozusagen dieser Aufwand sich auch gelohnt hat. Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, weil gerade die Leute, die den Fragebogen nicht beantworten, in der Regel diejenigen sind, die die Überraschung ins Seminar bringen. Entweder, also manchmal reicht es, dass es nur einer ist und dann sagt, ach so, mit dem Computer kann ich gar nicht umgehen, habe ich auch noch nie benutzt oder so, das ist halt, okay, dann fängt man nochmal bei Adam und Eva an oder man hat so eine Aussage von vier Leuten, obwohl das Seminar 15 Teilnehmer hat und dann setzten die so einen vermeintlichen Schwerpunkt, auf den man sich auch vorbereitet und die haben aber, weil sie genau dieses Interesse haben, diesen Fragebogen ausgefüllt und alle anderen sagen, nee, ich war eigentlich zufrieden mit dem, was angekündigt war und jetzt nimmt das hier so eine komische Richtung. Das ist halt, ja, es ist keine ganz einfache Angelegenheit, mit diesen Antworten umzugehen. Es gibt noch ein anderes Problem und zwar geht es da um die Wahl des Werkzeugs. Also, wir haben mittlerweile großen Abstand genommen von Diensten, in denen der Name Google vorkommt. Ja, also die Umfragen, die man damit machen kann, sind halt schön und einfach gemacht. Sorgen aber in der Regel dafür, dass die Leute skeptisch werden und ob das jetzt angebracht ist oder nicht oder ob da was anonymisiert wird oder ob es personenbezogene Daten sind oder davon mal ganz abgesehen, ist das mit so viel Skepsis versehen, dass die Motivation, da mitzumachen, deutlich geringer ist, als wenn man das auf einer eigenen Plattform macht, auch nochmal deutlich in der Mail darauf hinweist, dass diese Daten anonymisiert bleiben, dass die auf unseren eigenen Servern liegen und so etwas. Also das ist in der Regel der, also jetzt muss man aber dazu sagen, die Leute, die zu uns in die Seminare kommen, die sind natürlich auch, sagen wir mal, politisch sensibilisiert und da spielt das nochmal eine größere Rolle. Wobei das glaube ich, die Voraussetzung braucht es glaube ich gar nicht. Also wir haben viel mit Zielgruppen zu tun, die vielleicht nicht überdurchschnittlich politisiert sind oder sowas. Teilweise im Gegenteil. Also es gibt tatsächlich eine ganz große Allergie in Deutschland und im Bildungsbereich und in Deutschland im Bildungsbereich dann noch mehr, wenn Google draufsteht. Und das ist tatsächlich, aber finde ich nicht ganz einfach, weil man muss tatsächlich sagen, andere Tools einzusetzen, geht natürlich grundsätzlich, setzt aber tatsächlich deutlich höhere Ansprüche. Also und umgekehrt ist es einfach auch mit Google Formulare, ohne dass es jetzt eine Werbeveranstaltung sein soll, deutlich bequemer, einfacher, schneller, schöner. Und wir haben auch dann eben in anderen Projekten, wir haben bei uns eine Agentur, eine eigene Lime-Server-Installation, laufen auf dem Server. Und das führt aber halt auch zu einer gewissen Unzufriedenheit, weil die Leute das einfach Usability-mäßig schrecklich finden. Zurecht. Also was ich mittlerweile ganz gerne mache, wenn die Organisation, für die ich da tätig bin, keine eigene Online-Abfrage macht, dann habe ich mittlerweile eine eigene WordPress-Seite. Die kostet mich nichts, da steht schon mein Name oben in der Adresse irgendwie drin, was vielleicht den Teilnehmern gegenüber ein bisschen Vertrauen erweckt. Die wissen auch, dass der Arbeitgeber von den Ergebnissen erstmal nichts mitbekommt. Und dann kann ich die Fragen so gestalten, wie ich sie will. Ich kann auch die Optik so gestalten, wie ich sie will. Und ich weiß, dass es auf mobilen Geräten läuft. Und dann können die da ihre drei Felder oder fünf oder was auch immer ausfüllen. Die schicken das ab. Das wird in der Datenbank da gespeichert. Ich kriege das nochmal per Mail. Das ist für mich eigentlich die, für mich als Umfragenden eine sehr angenehme Variante. Was macht, welches Plugin nutzt du da für WordPress? Häufig nehme ich einfach nur Kontaktform 7, also so ein Kontaktform-Plugin, wo ich dann verschiedene Felder vorgeben kann. Hier noch eine Empfehlung. Formidable. Ja, ich weiß, ja. Kostet ein wenig Geld, aber ist letztendlich in der Bedienung sehr ähnlich einem Google Doc. Ist auch ein WordPress-Plugin? Ja, ist ein WordPress-Plugin. Sehr ähnlich dem Google Doc, also was das Drag-and-Drop von Erstellen von Formularen angeht. und ermöglicht einem auch, die Ergebnisse anonymisiert auch direkt in Listen, die man definieren kann, abzubilden. Also es gibt, weiß ich jetzt gerade den Namen nicht, aber es gibt auch für dieses Kontaktform 7 noch ein kostenloses Plugin, das sozusagen die Ergebnisse in Listen auswirft. Und was man auch ganz schön machen kann, ist dann noch zu sagen, bestimmte Bereiche dieser Liste möchte ich direkt wieder auf der Seite ausgeben, sodass die anderen Teilnehmer vielleicht auch einen Überblick darüber bekommen, was haben denn andere schon geantwortet. Also es ist, aber ja, wie gesagt, ich glaube, man kann sich da schnell in Tools verstricken. Ja. Aber auch auf der Grundsatzsebene, finde ich, haben wir schon nochmal wichtige Sachen ausgearbeitet. Also einmal, dass man eben Ergebnisse zeigt, wenn es Sinn macht. Im Zweifelsfall, wenn man zweifelt, sollte man es wahrscheinlich machen. Und dass man vorab einmal klar macht, was passiert damit. Ja, genau. Damit die Leute wissen, wofür sie es eigentlich machen, wer das sehen wird, was damit angefangen wird. Wenn ich noch einen Ausblick sagen darf. Ich persönlich finde es ähnlich spannend, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Neben dieser Evaluation, die wir in der Regel noch während des Seminars machen, irgendwie nochmal so eine Woche später, also gar nicht so viel später, aber so eine Woche später, wenn die im Alltag angekommen sind, und da nochmal eine Wirkungsanalyse, also auch nochmal, was so die Kontaktaufnahme mit den Teilnehmenden angeht, da nochmal so nachzufragen, wo ist euch das im Alltag aufgefallen, passiert, irgendwie Seminarthemen, die ihr weiterverfolgt habt oder so, also da nochmal nachzufassen. Finde ich ehrlich gesagt einen sehr, sehr spannenden, interessanten Bereich und stelle ich mir jetzt auch gar nicht so aufwendig vor, ist halt eine weitere Umfrage. Ich glaube, man darf es mit den Umfragen dann auch nicht übertreiben im Seminar, aber wenn man eh im Seminar keine Umfrage gemacht hat, kann man sie auch nochmal hintendran machen. Also ich kann ja nochmal zu genau diesem Thema, wie kriegt man eigentlich hinterher nochmal auch nach Feedback, was man im Seminar gemacht hat, abseits von Umfragenrückmeldungen, und zwar den Bogen zu schlagen zu meinem ganz zu Beginn genannten Beispiel mit diesen individuellen Blogs, was sie nämlich am Ende eines Seminars auch immer nochmal machen müssen, ist dann eine Reflexion des Seminars zu schreiben. Das heißt zu sagen, das haben wir gemacht, das war das Thema des Seminars, das war der rote Faden, der durch die Seminarleitung vorgegeben war. Das war die zu Anfang genannte, von mir formulierte Fragestellung, die ich hatte. So und so bin ich da durchgegangen, folgende Fragen haben sich für mich ergeben, und tatsächlich kommen bei der Bitte, bitte reflektiert das Seminar immer ungefragt, aber für mich tatsächlich sogar sehr sinnvoll, jedes Mal auch Reflexionen und Rückmeldungen zur Seminargestaltung insgesamt. Und die sind dann halt sehr detailliert, die kommen aus sehr persönlicher Sichtweise, die sind mit dem Inhalt immer verknüpft. Ja. Und gerade diese, also jetzt mal was ganz anderes als anonymisierte Umfragen, sondern gerade diese personalisierte Sicht, die ist extrem wertvoll, wenn man hinterher nochmal guckt, hat eigentlich das, was ich mir so vorgestellt habe in meinem Seminar, hat es funktioniert oder nicht, ist natürlich auch was anderes, wenn man so wie ich Seminare über mehrere Monate begleitet. Mir ist noch gerade eine Sache eingefallen, die ich neulich gerade das erste Mal so in einer größeren Gruppe ausprobiert habe und die ich sehr hilfreich fand. Die größere Gruppe hieß in dem Fall eine Tagung. Und ganz niedrigschwellig zu sagen, nämlich sagen Sie mal drei Begriffe, die Sie mit dieser Tagung im Nachhinein verbinden. Also wirklich nur jeweils ein Begriff. Und das kann man dann einfach auswerten, indem man so eine Wortwolke daraus macht. Ein kleiner verbaler Querverweis. Gibt es auch auf WBWeb einen schönen Artikel, der erklärt, wie man sowas macht. Und das ist halt, dann hat man so auf einen Blick so die Assoziation, die die Leute zum Beispiel mit der Veranstaltung verbinden. Kann man auch noch in andere, verschiedene detailliertere Richtungen fragen, aber tatsächlich so ganz niedrigschwellig, kurz, gibt sehr schnell einen Gesamtüberblick. Und manchmal auch sehr überraschend, was die Leute dann sozusagen für wichtig halten, was sie mit den ersten drei Sachen beschreiben würden. Ich würde gerne noch mal kurz an das anknüpfen, was Christina Schwalbe eben gesagt hat, dieser Rückblick auf den Seminarbeginn und dann die Reflexion der Gesamtveranstaltung. Ich glaube, das kann man in kleinerer Form natürlich, aber auch in kurzen Veranstaltungen machen. Also das, was ich vorab erhebe an Vorkenntnissen oder Erwartungen, das versuche ich in der Regel irgendwie mit in den Seminar- oder Workshopraum zu bringen und dann zur Mittagspause und auch zum Ende noch mal drauf zu gucken, sind die Erwartungen schon erfüllt? Vielleicht kann man dann Klebchen drauf machen, dann sind die abgehakt quasi. Oder wie haben sich denn unsere Kenntnisse eigentlich entwickelt? Ich glaube, das ist für die Teilnehmer auch ganz wertvoll, sich das noch mal vor Augen zu führen und auch zu gucken, okay, was hätten wir vielleicht noch auf der Agenda, was wir in einem nächsten Workshop machen oder was können wir hier vielleicht noch einbauen, wenn man das schon zur Mittagspause macht? Aber eben auch zu sehen, haben sich denn meine Kenntnisse verändert und wurden meine Erwartungen eigentlich erfüllt? Und das nicht irgendwie so, ja, letztlich nur für den Dozenten zur Verfügung zu stellen, sondern allen Teilnehmern, um daran auch ein bisschen die Veranstaltung messen zu können. Abschlussfrage. Vielleicht jeder ein Statement, inwieweit ist es nur hilfreiches, nettes Add-on zu dem, was wir bisher gemacht haben und inwieweit kann man zumindest mittelfristig, vielleicht auch damit wirklich neue Sachen verbinden? Also, das Evaluationsbeispiel, was ich zum QM-System nannte, ist ja eigentlich, man hat es früher auf Papier gemacht und es gibt uns neue Möglichkeiten, wenn wir es digital umsetzen, weil es schneller und integrierter ist, weil es sich auch unmittelbar auswertet von alleine, ohne dass man nochmal mühsam irgendwelche Mittelwerte bilden muss. Und ich glaube schon, dass sich daraus was entwickeln wird und dass man sozusagen auch da nochmal sehr, sehr deutlich sieht, wie unterschiedlich sozusagen diese Welten doch sind. und ich würde aber umgekehrt auch sagen, je länger man über so Evaluationszeug und Fragebögen und so weiter nachdenkt, umso mehr wird das Seminar halt eventuell auch geleitet von irgendwelchen Zahlen, Mittelwerten und, sagen wir mal, diesem ganzen Überbau, der so ein bisschen verstellt, dass es natürlich auch nicht unwichtig ist oder, sagen wir mal, auch kein Gespräch mit den Teilnehmenden ersetzt. Also das ist aus meiner Sicht relativ zentral. Ich wollte das auch nochmal an diesem anderen Beispiel deutlich gemacht haben, dass wir natürlich mit den Leuten im Seminar darüber reden, wie das Seminar ist und trotzdem diese anonymisierte Auswertung nutzen. Dass es zwei verschiedene Dinge sind, aber dass es praktisch, dass nur noch eine Sache dazugekommen ist, aber dass nichts dadurch wegfällt oder so. Also ich hätte es ja auch so verstanden, dass ihr es als Gesprächsanlass nehmt. Ja. Okay. Ich mache ja tatsächlich gar keine solchen Fragebögen mehr, sondern hatte ja jetzt bei den Beispielen das eher in diese Richtung, wie kriege ich das eigentlich hin, dass die individuelle Sichtweise tatsächlich auch repräsentiert und dargestellt wird. Und da ist ein großer Unterschied, zu sehen, nämlich die Transparenz und die Sichtbarkeit. Also die ist nicht unbedingt verpflichtend, aber wenn sich Studierende dafür entschieden haben, dass sie das auch transparent machen, habe ich sehr häufig beobachtet, dass sie dann untereinander auch gucken, was schreiben eigentlich die anderen und das so einen starken Effekt auch darauf hat, wie die sich überhaupt mit diesen Sachen auseinandersetzen und die Kommunikation untereinander, auch wenn sie nicht immer unbedingt stark über die Blocks läuft, man merkt es aber trotzdem immer wieder, die setzen sich eben so im Gespräch damit auseinander und die Kommunikation wird so ein bisschen gefördert durch genau diese Transparenz und die Sichtbarkeit der Meinung der anderen. Und das hatte man ja vorher nicht unbedingt so. Weil Feedback zu geben, jetzt mal außerhalb eines Seminars, zu dem, was andere denken, ist einfach nur möglich, wenn es tatsächlich auch immer zugreifbar ist. Und eben auch eine Vernetzung der Teilnehmenden untereinander. Das ist, denke ich, auch schon eine neue Kategorie. Ja, für diese kurzfristigen Veranstaltungen ist es natürlich schon eine Möglichkeit, Kontakt zu den Teilnehmern herzustellen, bevor die Veranstaltung beginnt und dadurch vielleicht einen Einblick zu bekommen. Zeit zu gewinnen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, so wie Guido Brommach das auch gerade gesagt hat, dieser Punkt, dass man trotzdem mit den Teilnehmern spricht, da kann man natürlich nicht drauf verzichten. Das ist ja eigentlich … Klar. Sitzen ja nicht vier Diplom-Pädagogen? Ja. Nein. Puhi. Was hast du? Ich finde tatsächlich einen diversen Hintergrund. Ich bin einmal Diplom-Ingenieurin für Medientechnik, habe dann auf Diplom studiert, habe das aber nie zu Ende gemacht, sondern habe einen Master dann stattdessen zu Ende gemacht, was ich parallel gemacht hatte in E-Pädagogy Design. Okay, das zählt auch. Das ist … Aber vier Menschen mit Pädagogisch … Also ich habe zumindest oft Diplom-Pädagogik studiert. Aber ich habe den Abschluss nicht. Schön. Gibt es noch etwas, was man ganz dringend in diesem Podcast gesagt haben sollte? Nee. Danke. Ich glaube, das haben wir gesagt. Dann machen wir jetzt einen Werbeblock für die Kommentarfunktionen unterhalb dieses Podcasts. Denn wenn da draußen nicht nur Fragen sind, sondern vielleicht auch eigene Ideen, Erfahrungen, Beispiele etc., dann kann man die einfach unten reinschreiben. Und insofern versuchen wir auch mal, diese Ebene dort fortzusetzen. Ganz herzlichen Dank an Christina Schwalbe, an Ralf Appelt, an Guido Brombach und an unsere Produzentinnen hinter den Kulissen, Blanche Fabri und Melanie Kolbmann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.